Welche Beziehung besteht zwischen dieser Gruppe von Luchsen und dieser Frau? Warum können sie glücklich zusammen sein? Bedeutet das, dass die Luchse domestiziert sind? Eines Tages sah eine junge Frau einen Luchs, der in einer Falle im Wald gefangen war. Es war ein sehr aggressives Tier. Die Frau hatte also Schwierigkeiten mit dem Anblick dieser Szene. Aber als sie den kämpfenden Luchs ansah, überwand sie schließlich die Angst in ihrem Herzen. Sie erholte ein Holzbrett und benutzte es, um sich zu schützen. Langsam näherte sie sich dem Luchs. Der Luchs geriet in Panik bei dem Anblick des Menschen und schien verrückt zu werden. Er brüllte und schlug mit einer Pfote auf das Brett. Dies erschreckte die Frau, aber sie gab nicht auf. Sie schluckte und setzte den Kampf fort. Als die Frau den Luchs vorsichtig ansah, schien er zu spüren, dass sie ihm nicht schaden wollte. Also hörte er langsam auf, sich heftig zu wehren. Die Frau näherte sich auch langsam und hielt den Luchs mit dem Holzbrett zurück. Dann beugte sie sich hinunter und manipulierte die Falle. Zu diesem Zeitpunkt kämpfte der Luchs immer noch, aber nicht so heftig wie zuvor. Als die Frau die mit der Falle verschlossene Pfote des Luchses hob und sie schüttelte, schien der Luchs zu verstehen, dass die Frau ihm helfen wollte. Der Luchs, der die Absichten der Frau verstand, hörte auf, sich zu wehren und wurde sogar sanfter. Er lag ruhig da und wartete darauf, seine Freiheit wieder zu erlangen. Endlich! Dank der Bemühungen der Frau wurde die Kette, die die Bewegung des Luchses einschränkte, geöffnet. Sie hielt das Brett vorsichtig an ihren Körper und trat schnell zurück. Erst als sie ein Stück vom Luchs entfernt war, wagte sie es, sich hinter dem Brett zu verstecken und ihn langsam zu beobachten. Der Luchs hockte irgendwie bewegungslos da und schien über etwas nachzudenken, während er hin und wieder die Frau anschaute. Die Frau spürte die Freundlichkeit des Luchses und beobachtete ihn, ohne sich zu rühren. Die Frau dachte, dass etwas anderes den Luchs zurückhalten würde, also gingen sie schweigend wieder hinauf, um herauszufinden, was da los war. Aber dem Luchs war nichts passiert. Er wollte einfach nicht weg, damit er nicht wieder von Jägern verletzt werden würde. Die Frau nahm einen Holzstock und versuchte, den Luchs zu vertreiben. Er brüllte schließlich zweimal und rannte dann davon. Das sollte das Ende sein. Ein paar Jahre vergingen. Sie war bereits ein Liebhaber von Kleintieren und ging oft frühmorgens oder am späten Nachmittag in den Wald, um zu spielen und alle Arten von Kleintieren hinter Bäumen zu sehen. Als sie gerade aufstehen wollte, um zu joggen, kam ihr diese Szene in den Kopf. Dieser Luchs hatte einen so freundlichen Blick. Vielleicht war er sogar derselbe, den sie gerettet hatte. Also setzte sie sich wieder. Wie erwartet, kam nach einer Weile der kleine Kerl schleichend näher. Die Frau streckte die Hand aus und streichelte seinen Kopf. Sofort sprang er in ihre Arme und rieb sich an ihr. Dann, als ob sie etwas anderes bemerkt hatte, löste sie sich aus der Umarmung der Frau und führte mehrere junge Luchse hinter dem Baum hervor und brachte sie zu der Frau. Zweifelsollos sind diese liebenswerten Geschöpfe ihre Kinder. Die Frau nahm einen in jede Hand und umarmte sie abwechslend. Sie fühlte sich innerlich sehr warm. Ein blauer Himmel über ihnen, ein endloses, blasses Grün in der Ferne und eine liebliche Gruppe von Wesen ringsherum. In der Tat halten oft die Gefühle von Tieren länger, als die Leute denken. Einmal ein Helfer, immer ein Freund. Sie überraschen uns immer und geben uns das Gefühl, dass diese Kreaturen auch echte Gefühle in sich haben, die nicht ignoriert werden können. Und oft werden sie von diesen Gefühlen getrieben, Dinge zu tun, die uns zum Weinen bringen. Und so ist die Verbindung zwischen Mensch und Tier die wahrhaftigste Bindung. Schau dir im Anschluss noch diese emotionale Geschichte von einem hilflosen Elefantenbaby an, das einfach auf den Kopf fällt. Dann passierte das Unglaubliche. Der einfach mit Mamma, das ist das cet Stupid-Pieber. Which Thomas traurigst mich, denn accompany DJ力, aber ja. Die Gruppe, weil wir re500 Tonnen страшig sind,